Boah, nee, hier komm ich doch niemals raus. Aber warte mal, ich kenn doch einen Megatrick, wie man einfach easy peasy aus jeder Höhle rauskommt. Ich werd einfach zu Spider-Man. So, zack, und jetzt sollte das hier kein Problem mehr sein. Oh, nee, oh, nee, ich, oder, komm ich hier raus? Hallo, Hilfe. Also, irgendwie sieht das hier aber auch nicht gesund aus. Ich fühl mich nicht ganz so wohl. Hä, und die Lava? Fließt die hier etwa bergauf, oder was?